So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich nutze eine Hochhinaushilfe bei Chunker Speedway und Common Craven. Bedeutet, wir müssen es an zwei Standorten machen. Ganz simpel. Ihr müsst es an beiden machen. Also jeweils einmal da und dann auf der anderen Seite. Ich zeige euch jetzt gerade eine, nur damit ihr wisst, was gemeint ist. Dürfte eigentlich, aber eigentlich dürfte es klar sein, was damit genau gemeint ist. Jetzt bin ich nur gerade am überlegen, wo die Dinger genau waren. Ach, das sehste schon. Genau, da ist nämlich eine vor uns. Wie gesagt, das sind einfach nur die Hilfen, damit wir hier oben auf den Berg kommen. Ich glaube, er hat jetzt genau dasselbe vor. Aber ich glaube, ihr könnt auch in der Luft schon dran. Er wird, glaube ich, den Fehler machen und runtergehen. Ne, er geht gar nicht dran. Einfach, zack, einmal benutzen. Geht nämlich hoch und runter. Zack, da habt ihr die eine erreicht. Jetzt ist natürlich, ihr seht, ich muss da drüben hin. Ich brauche aber jetzt nicht extra nochmal ein Video dazu zu machen. Sucht einfach da. Gibt es diese Haken auch. Einfach benutzen und dann habt ihr die Aufgabe ganz easy gemacht. Ja, noch ein bisschen XP mitholen. Und? Wenn du kein Bot warst, dann weiß ich auch nicht. Noch einer? Nein, du wirst sterben. Ich muss auch immer sterben, also müssen die auch sterben. Aber ihr habt es jetzt gesehen. Einfach einmal hier hoch. Dasselbe halt, wie gesagt, bei Common Cavemen auch nochmal. Ich mache das selber jetzt auch. Lock mich direkt wieder aus. Gehe in die nächste Runde rein. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe. Und haut rein. Gehe in die Runde rein. Gehe in die Runde rein. Gehe. Gehe in die Runde.